so leute alien boys mal wieder am start heute mal für euch wieder einen abendrück challenge das war heute werde ich wieder 10 leute herausfordern und auf jeden fall wenn euch das video gefällt lasst mir ein like da abonniert mich aktiviert die glocke teilt das video kommentiert unten in die kommentare ja und dann wünsche ich euch viel spaß auf 3 geht's los 1 2 3 er hat start gedrückt von an für an kann man nicht sagen guter gegner auf jeden fall gut gewesen willst du noch jemanden grüßen oder so alle leute die zukunft viel spaß euch weiter bei den anderen matches jetzt kommt gegner nummer drei und endlich mal ein großer youtuber den wir heute haben als special guest heute ich bin kenian und wie heißt dein youtube 1 review heißt er ja ich mache technik videos die regeln nur mit kleiner vorbearnung ich bin nicht gut kannst du machen warum ok 3 2 1 das ist gut er ist wirklich gut ich habe mich nicht verletzt alles gut sehr gut auf jeden fall ja du bist stark respekt auf jeden fall ich möchte noch etwas zu den deinen zuschauern Fitness ist gut macht Sport das kann ich sagen Machen wir jetzt. Möchte noch was zu deinen Fans zuschauen oder jemanden grüßen? Ja, check die Band Moreyba auf YouTube. Das ist meine Band. Ich bin ein Schlagzeuger und wir haben gerade das Album rausgebracht. Hört aus ihr kann. Spotify. Check das auf jeden Fall ab. Ich werde es noch mal unten in der Beschreibung verlinken. Ich werde es noch mal unten in der Beschreibung verlinken. Ich werde es noch mal unten in der Beschreibung verlinken. Ich werde es noch mal unten in der Beschreibung verlinken. Ich werde es noch mal unten in der Beschreibung verlinken. Ich werde es noch mal unten in der Beschreibung verlinken. Ich werde es noch mal unten in der Beschreibung verlinken. Ich werde es noch mal unten in der Beschreibung verlinken. Das ist schwer, aber ich habe nicht meine Hand geblieben. Ich habe nur das gemacht. Ja, aber man war gut, das Match gewählt. Das war's gut. Das war's gut. Aber mit den Reglementen, ich habe mich nur gegründet. Aber der Mann hat mir geblieben. Ich habe nicht die Hand auf die Seite gestellt. Das ist der Fall. Der Mann ist stark. Der Mann ist der Mann. Der Mann ist der Beste. Merci beaucoup. 3, 2, 1, 2. Ich grüße Zane, Maven und Matisse. Jetzt kommt Gegner Nummer 1 mit. Erik. Sind Sie bereit? Auf 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 3. 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Das ist der Mann, deine Mannschaft. Wirkliche Räuber. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my arm bleeding, this is what I'm doing. Wow, war mir ein Verliefenrohr. Hey, ich hab das Gefühl, wenn wir uns nochmal ein Rematch machen. Ich wär irgendwie zu weit da, glaub ich. Machen wir das mit links ab. Okay, ich muss mir gleich abstehen. Eins, zwei, drei. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. I never realized I was spread too thin. Till it was too late. Puh. 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 Lauter Puste. Ja. Hattest gut gemacht, auch immer stabil. Ciao. Eins, zwei und weiter. Gut gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ruhig ein Like da. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, teilt das Video. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.